Hast du auch diesen Druck und die Erwartung, dass du jetzt dafür zuständig bist, dass sie zum Orgasmus kommt? Wenn ja, dann hier kriegst du jetzt, wie du stattdessen damit umgehen kannst. Und als erstes mal das Geheimnis, beziehungsweise hier die Rückgabe an die Partnerin. Die Frau ist natürlich selbst verantwortlich für ihren Orgasmus. Stimuliert sie sich denn selbst? Macht sie es sich selbst? Sprecht ihr darüber? Zeigt sie dir, wie sie gerne berührt werden möchte? Und redet ihr darüber, wie es für sie schön ist? Ja, das sind ja so die Fragen. Und wenn wir uns jetzt das Mindset anschauen, dann wäre mal der erste Punkt. Du musst hier überhaupt nichts. Es ist doch eine Freude und ein Geschenk sozusagen, wenn ihr zu zweit hier in die Körperlichkeit kommt und miteinander Spaß habt. Also lass die Erwartung und dieses Druckgefühl, lass es los und erlaube dir einfach zu sein und dich zu spüren, dich zu spüren, sie zu spüren. So und der zweite Punkt ist, stell dir einfach mal die Welt aus ihrem Körper sozusagen vor. Also genieße ihre Lust. Er freue dich daran, wie sie sich hingibt, wie sie es geil findet, wenn du etwas tust oder eben etwas nicht tust. Und vielleicht mit ihr darüber sprichst oder dir sagst, dass das eben jetzt noch nicht passiert, weil du es entscheidest, wann es passiert. So und unterstütze sie in ihrer Lust, dass sie noch mehr in die Lust kommt, weil sie ist nicht so erregt, sondern sie braucht die Interaktion, den Bezug zu dir, den braucht sie auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, wenn du wirklich sie und ihr Liebes, wie kann man das jetzt sagen, ihr Liebesspiel genießt, ja, und dann dadurch wieder erregter wirst, das ist doch die wahre, ja, die wahre Funktion sozusagen von Sexualität. Dass wir uns erfreuen daran, wie der andere Lust hat und dadurch noch mehr Lust bekommen. Also es ist sozusagen so eine reflektorische Ebene, die das Ganze potenziert. So und der dritte Punkt ist, je mehr du sozusagen im Moment bist und ich öffne es für dein Gefühl, ihr Gefühl, euer, eure Verbindung, desto freier und vielfältiger kann es sein, weil es eröffnen sich neue Möglichkeiten. Du musst jetzt nicht irgendwie rödeln oder sie zum Höhepunkt stoßen. Nein, du kannst auch mal stoppen und was ganz anderes tun. Sie erwartet nicht, dass sie jetzt sofort kommt, sondern sie kann sich diesem Liebesspiel, also dem Moment viel eher hingeben und einfach sein als du. Deswegen öffne dich für den Moment und habe Spaß. Sie mag es auch nicht. Also wenn du dieses Gefühl hast, du musst jetzt Leistung bringen, dann ist sie davon ja genauso gestresst und unter Druck gesetzt. Wenn du hier sozusagen offen bist und dich einfach zeigst und dir auch erlaubst, wieder sozusagen nach Wellen der Erregung mal wieder langsamer zu werden und zu spüren und wieder, vielleicht jetzt vom Geschlechtsverkehr mal wieder nur zum Nebeneinander liegen und spüren zu kommen, ja, das ist doch das, was uns Frauen, ja, besonders erregt, ja, wenn wir sozusagen damit spielen. So, und wenn du diese Erklärung jetzt hilfreich fandest, dann abonnierst du bitte meinen Kanal, likest dieses Video und wirst ab heute hier in deine sexuelle Bildung investieren. Wir werden hier die deutschen Männer, die deutschsprachigen Männer zu besseren Liebespartnern machen. Das ist meine Mission und dafür stehe ich die nächsten 20 Jahre.